Übung 12 Hallo, schön Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen? Was ist denn mit Ihrer Schwiegermutter? Ja, man wird nicht jünger und das ist nicht leicht. Und wie geht es Ihren Eltern? Ich habe sie lange nicht gesehen. Ach, das ist schön. Wir machen nächste Woche auch eine Reise mit den Kindern unserer ältesten Tochter. Fünf und sieben. Wir fahren in den Schwarzwald.